glück auf und hallo zu einem neuen beitrag aus der rubrik unbrauchbare messer unbrauchbar im sinne von ich brauche sie nicht weil die sind viel zu schön heute haben wir zu tun mit einem messer der marke martini finland besser kommt daher in einem packerholzgriff sehr schön geformt wunderbar ergonomisch stahl der klingenstahl besteht aus inox also rostfrei es kann nicht schliff liegt sehr gut in der hand wunderbare stück kommen wir kurz zu den technischen daten also die griff länge beträgt 12 cm klingenlänge 11 cm somit 42a konform ganz klare sache und die gesamtlänge sind 23 cm das ganze beim gewicht von 170 gramm circa lederscheide kommen irgendwie bekannt vor hatten wir gerade gehabt auch wieder rindleder gut verarbeitet gut vernäht auch wieder genietet dann kommen wir wieder zum schärfetest wieder mal irgendwie so einen kuchen platten ding ins bums ich hoffe meine frau verzeiht mir das hier wieder problemlos durch ja also kann man wirklich nicht moppern das ding in das rasiermesser scharf kommen wir mal zum fazit also das messer allein schon die form ich liebe diesen kleinen bowie buckela oben drauf also wirklich herrlich da hat der hund gebild unterbrechung der hund der war wichtiger mit seiner befindlichkeit deutsch jetzt halt den bagger ja ist nur ein flugzeug absolute kaufempfehlung das ganze kostet circa 70 euro noch einen kleinen tipp intern ist wohl die bezeichnung von den messern lynx lynx wie der wieder lux und also für 70 euro habt ihr ein wunderschönes messer wollt ihr euch auch schön in der vitrine angucken können wie ich das mache und wie immer mein tipp wenn ihr das noch günstiger haben wollt lasstet euch von eurer frau schenken in diesem sinne glück auf und bis zum nächsten mal